Danke, Josi. Ich finde auch, das steht mir, ne? Das H. Die sehen scheiße aus, geht dir. Chat gefällt's. So. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mal loslegen, weil, ey, warum gibt's keine Musik im Menü? Egal. Bist du ready? Ja, warte mal, welches Level wollen wir denn machen? 1, 2, 3, 4, 5? Ich hab keine Ahnung. Achso, ja, nehmen wir erstmal das Erste. Ja, okay, ich bin ready. Du bist Omi, ich bin Enkel. Ich bin Frankel. Frankel, der Enkel. Ah, ne, fresse ich. Wo ist der Kleine? Ich hab keine Wut an. Oh, da ist sie. Boah, Oma, ich rieche deine Binde jetzt hierher, ey. So, Nisugu, halte dir die Ohren zu. Wenn du denkst, dass du krank bist, dann musst du nur 10 Minuten hier zuhören, dann weißt du, was krank ist. Oh, kann ich die Flüsse nicht aufnehmen? Oh, du dumm bist. Ne, ich glaub, ich weiß nicht, ob du die auch aufnehmen kannst. Vielleicht nur ich. Also, ich kann sie aufnehmen, bei dir weiß ich nicht. Es geht nicht auf Zeit, oder? Ne, ne? Ich weiß es nicht. Also, ich sehe keine Ruhe oder so. Weil ich hab vorhin gegen die Omi immer verloren. Und ich hab mich mal gefragt, wieso? Ähm, weil ich keine Zeit gesehen hab und ich hatte mehr HP als sie am Ende. Also, ich weiß nicht, wann hier das Ende gemacht wird. Okay. Du, den Drecksbengel doch hier irgendwo. Oh, Omi! Gut! Scheiße. Was war denn das? Haha, ne Handgranate. Ne Handgranate? Ja, Mann, aus dem Kinderzimmer. Boah, die hat auch einen Bewegungsablauf, die Dame. Ey, die ist... Na? Hinter dir, du trinklige Omi. Omi, du Lübbel! Ich zeig dir meinen Lübbel! Da ist doch noch nix. Hör nie mal Haare im Sack. Puls! Also, ich brauch irgendwie was... Ja, äh, du kannst... Mal gucken, warte, wir können auch eher mal ein bisschen rumlaufen. Ähm... Ich weiß nicht, was du... Was du nehmen kannst. Ähm... In den Schränken ist, glaub ich, oben immer hier so ne Knarre. So ne... Taser-Dingsbums. Ist ja gar nix. Und diese roten Dosen oder... roten und grünen Dinger. Gut! Denkt er dir. Was hast du da in der Hand? Irgendein Glas oder so. Ah, komm doch runter. Guck mal, da oben komm ich nicht an. Bist du schon raus? Diese Teile hier, ich weiß nicht, was das sein soll. Ach! Jetzt weiß ich, warum du verloren hast. Was denn? Das heißt, du musst mich davon abhalten, dein Zimmer aufzuräumen. Ach so, bei mir steht nur Töter in der Hohmacht. Weil, wenn ich jetzt hier gleich fertig bin, denk ich mal, dann bist du am Arsch. Oh, ma, verpiss dich. Oh, nee. Ich muss meine Dementia-Pilze. Ja, genau. Das kann sein. Hilf dich. Bin auf den Nacken. Was ist denn in der Tür? Ich kann auch nicht an die Schränke, so hier. Brauchwaffen! Ich muss es doch keine Drecksballe rumbringen. Keine Waffen, Oma. Green Pils Bottle. Da, guck mal. Ah, okay. Also, ich hab wirklich die Aufgabe... Gut! Ui! Fass mein Bier nicht an, du dumme Sau. Kann dich ja auch nicht schlagen, ohne dass ich was in der Hand hab, ne? Nee, aber treten kannst du mich. Warte, ich komme mal zu dir. Hier bei den Treppen, das ist doch perfekt. Komm, mal, trete dich mal um. Oh! Krieg Taschengeld! Scheiß, trägt Taschengeld! Boots! Ja, Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. In dem Spiel wird immer gezeigt, wie man mit Kindern umzugehen hat. Genau, Kinder treten, das macht Kaktus in deiner Freizeit gerne. Oh, du bist doch dumm. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Oh, so anstrengend ist das hier. Ah! Oh, ja, Mann, wer... Ausdauer war früher mal auch besser. Ausdauer? Oma, ich hab was gefunden! Oma! Oma? Ich auch! Oh, oh! Bist du oben oder unten? Ich komm zu dir. Hier oben. Ich komme! Gut! Brenn, Brenn, Brenn. Sehr! Oh, oh! Jucke. Das Baby hat voll geilere Waffen. Ja, ich weiß nicht, ob für die Oma noch auch irgendwas rumliegt hier oder so. Ich hab immer noch nicht gefunden. Naja, in den Schränken guck mal in die Schränke. Alter, da sind irgendwelche... Warte mal, da sind irgendwelche Schuhe? Ja, zieh mal die Schuhe an. Was? Ah, vielleicht bist du denn schneller? Kann das sein? Piss dich, Oma. Boots! Boah, Digga! Nacken ges... Ey, was denn jetzt? Ich hab nur noch ne Hose hier. Uuuh. Oh, ich hätt... Ich würd auch gerne in die schlagen oder so. Bist du schneller? Nee. Du hast nen dicken Arsch, Omi. Weißt du, was hast du gesagt? Drecksplage? Du stinkst! Ach, Mensch. Jetzt rühre ich mich mit deinem dicken Arsch gleich mal auf dich drauf. Okay, das ist nix. Hier ist nix für mich. Hier ist nix. Du hast schon durchgeladen. Ich hab's gehört. Ransom wins. Digga, das war ne Granotti. So, warte mal. Achso, hast du Replay direkt gedrückt? Ja, hab ich. Okay. Und lass mal zusammen die Schränke abchecken. Ich kann die vielleicht aufmachen. Was wir für dich alles so finden. Hier sind... Achso, warte mal, pass mal auf. Da sind Pillen. Ey, hier geht's unter. Da sind doch Pillen. Vielleicht wirst du dadurch irgendwie schneller oder so. Wirst du jetzt nicht. Ich hab die Pillen schon genommen. Achso. Irgendwann war das die falschen. Das waren die von Opa. Ja, das waren die von Opa, damit er ruhig gestellt ist. Nee, nee, nee. Nicht die, verbrechen. Ich hab irgendwas gegen den Kopf gekriegt. Was ist denn hier los? Oma. Oma. Kevin, warst du das wieder? Nee. Oma, was ist das unter deinem Rock? Warum hängt da so... Du Misty, komm her. Yo, Oma. Ich scheiße den Hals. Darf ich's Winspielen gehen? Oha, das war ein Hochschuss. Das ist egal. Junge. Tür ist sogar kaputt gegangen. Du hast die Tür angetreten, Junge. Was ist los hier? Ich will noch kein Fußball. Das kriegst du zurück. Also hier gibt's richtig. Ah, ne, fresse. Woher? Wo finde ich denn jetzt irgendwie mal eine Waffe für die Oma? Ja, eigentlich, hier. Knack. Ich wollte gucken, ob der Schraubenschlüssel jetzt liegen bleibt oder ob der danach verschwindet. Ich glaub, der ist weg. Darfst du die Steine aufsammeln hier? Oder die Flaschen? Ja, aber ich... Boah, ich treff dich kaum. Das ist... Bist du blind oder was? Sag ich mal Steine? Ja. Hallo. Äh. Hä? Bist du so blind? Also du musst ein bisschen gedrückt halten. Du hast so eine... Ja, aber ich hatte auch... Also mein Fadenkreuz war direkt auf dich drauf. Jetzt... Jetzt geh ich zum Jugendamt. Jetzt geh ich los. Jetzt knallt das. Ey, scheiß was auf Jugendamt. Ich steinige dich, du Dreckstkind, Alter. Bist dich, geh zurück in die Zeit, wo du herkommst. Du Dino. Das ist schlimmer als deine beschissene Mutter, die dich geboren hat. Ähm. Deine Mutter riecht immer noch nach deiner... Ich kann das nicht sagen hier. Warn im Buch schlüssig. Soll ich gleich noch ab 18 hinschreiben? Ich hab bei mir noch umgeändert, dass hier Gewalt und sowas im Spiel mit drin ist. Nicht, dass hier nachher noch irgendwas passiert, ey. Ähm. Wo ist die Eide schon wieder? Ja, Digga. In den Hals, Junge. Siehst du das? Ja. Ich hab dir ein Wurfmesser in den Hals gejagt. Oh, direkt nur das... Oha. Die Oma. Oha. Ich wollte Oma nicht unter den Rock gucken. Au. Uäh. Boom. Oh, zum Glück war das Geländer dann noch. Oh, selber runtergefallen. Oma. Die Oma kann nicht springen. Oh. Oh, Digga. Was war das für ein Glitsch? Alter. Ey, du bist zum Boden versunken. Wo bist du? Oh, ja stimmt. Hä? Was geht denn jetzt ab? Wo bist du? Hä? Kann ich mir das Ding aus dem Hals drücken? Da hast du recht, Josi. Sein Wurfmesser eitert schwer wieder raus. Das verwechst dich. Alles gut. Junge, du bist weg. Wo bist du? Ich schwöre, bei mir, du bist einfach im Boden versunken im Garten. Ja, ich bin irgendwo in einem unteren Raum. Ich glaube, ich bin im Keller. Warum sag ich dem Wichser das überhaupt? Ja, ich kann. Hör mal, wer der Hemet. Wo ist denn der Keller? Wie kommt man denn da hin? So, doch, ich weiß nicht. Da hinten ist doch die Treppe runter. Ach, gut. Verdammt, die Preise. Was, die gibt's denn mit ihm? So, Pillen. Pillen, Pillen, Pillen. Oh, es wäre so geil, wenn die Oma schneller werden würde. Die hat Bewegungsablauf wie ein Freilauf in der Küchschrank. Alter. Digga, das sind die ganze Bude. Alter, eine pflegte Oma. Oh, Digga, was ist los hier? Du kannst Karate, Alter. Boom. Wie, du machst die Felsen dabei kaputt. Der Felsen bleibt aus. Mann, Mann, das sind ja hier Kindheitserinnerungen, die ich hab hier, Mann. Mal in den Keller runter treten. Ich bin ja irgendwann aufgemacht. Ja. Oh, Mann. Füllt sich die Energie gar nicht wieder auf? Ey, lass mal in deine Hand stecken. Scheiße, Mann. Warte, ich kann dich nicht schlagen. Knack, ich kann dich aber klatschen. Ach, Digga, das sieht aus. Oma ist so scheiße. Oma, darf ich fernseh gucken? Oma. Scheiße, hast du. Dong. Da ist was aus dem Regal gefallen. Eine Kiegerin. Scheiße. Oh, es kommt, es kommt. Der deutsche Panzer kommt. Oh, der deutsche Panzer kommt. Ja, das kannst du nix machen, ne? Bitch. Koch-Level. Digga, was machst du da? Come on. Knack. Game over, grandson, okay? Okay, warte mal, lass mal. This is strange. Digga, lass mal. Ich hab Exit gedrückt. Warte. Ah, jetzt bin ich ganz raus wieder, oder was? Eww. Ah, ficken. Ähm. Ich hab gesagt, mach mal Level 2 mal. Ähm, warte, warte. So. Ich entweite dich wieder. Okay, mach so. Musst du mal gucken, wie das gleiche bei mir aufploppt oder so? Oder muss ich dich auch? Äh. Alter, das ist ein kaputtes Spiel. Ja, Mann. Soll ich mal die Omi nehmen? Und du nimmst den Jungen? Wollen wir uns mal die anderen Level angucken irgendwie? Ich weiß nicht, ob das jetzt andere Maps sind, oder? Ich kann ja mal Level 2. Ich nimm mal das Baby und ready. Äh, ich bin da. Ja, genau. Ja. Mach ich mal den Kevin. Kevin? Den Alpha Kevin. Ja. Okay. Ist doch schon ready gemacht. Gut. Das war das Snüffelstück. Das Snüffelstück? Mhm. So. Ach, jetzt ist das Dunkel, ne? Jetzt müssen wir... Oh, der liegt ja richtig. Ach so, wenn du läufst, dann zieh das Leben. Ach du Scheiße. Nee, nur deine... Deine... Ach so, Energie. Ach so. Hey, warte mal. I need to find... Latern. Jetzt, äh... Was ist denn, wenn ich hier die... Die Pillen nehme? Was kommt dann? Kill your Grandmother. Ist doch so krank eigentlich. Und treten tue ich dann mit Maus ihm wieder was. Äh, nee, das zeigt er dir dann an. Wenn ich dicht genug dran bin, musst du eh drücken. Ich kann auch nicht springen bei der Omi. Ja. Und es um. Ich mach dich auch, so wie ich es mit deiner Mutter gemacht habe, Mann. Wäckiger, kleiner. Ich streib dich ab, Junge. Komm her. Kann ich dir die Keys wegnehmen, ne? Ah, die ist ja... Ich mach' das jetzt. Ah, geh' mal schneller, Omi. Kann ich springen? Knack. Da ist die Hüfte durch. Das hat sich jetzt erledigt hier. Aber kannst du mal gucken? Ey. Kleine Rotzlöffel. Junge. Du kleine Löffelrotz. Ich fresse, Alter. Pass auf, ich werd' hier noch abtreiben, Junge. Ich find' dich. Ähm, kannst du mal gucken? Ich glaub' ganz oben irgendwo... Ja. ... ist ein... ... ist ein Stromkasten. Ähm, ob du Licht einmachen kannst? Muss man irgendwie suchen. Ich meine ganz oben irgendwo. Nee, Digga, wie zu jetzt? Ganz oben? Ja. Also auf'n Dachboden? Ja, irgendwie irgendwo oben. Weil vom Dachboden komme ich. Da bin ich gestartet. Vom Dachboden komme ich? Oh, Entschuldigung. Korrekt. Stromkasten finde ich jetzt hier eigentlich. Das ist, äh... Das Ding ist dunkel. Pillen sucht. Ähm, 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 ähm. Achso, und dann kannst du in der Garage... Wenn du hochgehst, da sind ganz viele Kisten. Dafür brauchst du die Schlüssel. In den Kisten ist immer irgendein geiler Shit drin. Mit denen kannst du... ... uneinständige Dinge einstellen. Junge, das sind die roten. Ich brauch die grünen Pillen. Wo sind die denn? Es ist dunkel. Ich bin jetzt schon farbenblind. Ich seh' nix. Hier ist scheiß... Ach, hier ist scheiß Lampen. Kann ich die wieder anpflegen oder so? Hä? Nimm das doch jetzt! Junge! Ah, hier ist der Stromkasten. Kann grad nix machen da. Oh, meine Pfanne. Wen hau ich denn jetzt da rein? Bist du gerade ganz oben? Am Stromkasten? Achso, ich, ähm... Helpen! Oh, jetzt hab ich ein Ding sich nennen. Kevin! Hä? Wo bist du? Alter, da ist das dunkel. Oh, man hat Licht. Oh, scheiße. Oh, ich fliege durch die ganzen... Jo, warte mal. Ich muss mich mal wegkicken. Wie kann ich dich kicken? Wenn ich dicht genug dran bin. Mit I? Achso. Knack! Ups. Oh, das sieht so mies aus. Ich kann den Stromkasten anmachen. Warte. Du bist noch ein Kind. Du hast keine Ahnung von Elektrik. Mensch, Junge. Du bist genauso dumm wie dein Vater, Alter. I can remember. Oh, Digga. Die Alte vergisst die ganze Zeit, was sie machen will, ey. Eine drogenabhängige Alte. Geh mal in die Garage, hol mal da einen guten Loot raus. Ich bin gerade dabei, aber... Der ist ja teilweise so blöden Schlüssel aufzunehmen. Das ist wirklich ein Kevin. Ja, du bist ein Autist, Mann. Du bist ein Down-Syndrom, Junge. Yes. Wie zieht das auch an? So, was haben wir jetzt? Alter. Was ist denn die Oma? Oma! Oma? Versuch dir gleich dein Kind. Oma! Fette Sau! Junge, wo bist du? Mach deine Oma glücklich. Komm her. Und dann mein... Komm. Ich sehe dich nicht. Kann ich diese Scheiß-Lampen mal wieder ablegen? Irgendwie höre ich dich, aber das ist bei den Steps auch so ein bisschen. Ja, das ist irgendwie... Das ist gut. Ich habe gehofft, ich würde dich, aber... Ja, was willst du da hören, Digga? Die kriecht ja nur hier. Verpiss dich, Kevin. Dreckige, kleiner Hund. Die Oma, Alter. Ich würde das ganze Haus abgesucht, oder was? Zieh, Oma! Verpiss dich. Boah, wie auf die... Boah, der ist so ein Boomerang. Oh, Junge, wenn ich dich erwäsche. Nee, ich schick dich wieder ins Heim. Wo bist du jetzt? Wo bist du? Warte, ich muss da was mitmachen. Kevin. Was war das denn, Mann? Ich habe nur gesagt, was hast du hier geworfen, hä? Ach, deswegen habe ich dich auch nicht getraut. Ich habe in der selben Zeit geworfen. Ah, dann haben wir uns vielleicht in der Luft getroffen. Mhm. Pest dich, Junge. Ruf die Ritter es an, wenn du noch einmal hier Stress machst, Junge. Ich sag dir das. Ich sehe hier nichts, Alter. Du könntest hier auf dem Boden langlaufen, ich sehe nichts. Nee, aber ein bisschen wird dich. Josi hat mich eben schon ausgelacht. Ich wäre zu jung für meine schlechten Augen. Da hat sie auch recht. Ich habe einen Sprung gemacht, guck mal. Knappe 30, ich habe jetzt einen Sprung gemacht, die normal auf 50 Masse oder so. Ich kann es schwer hören, aber ich bin schwerhörig. Aber das liegt auch an ganz lauten Musikhörern und Headsetaufgaben den ganzen Tag. Und ich sehe es schlecht. So, jetzt pass auf, Strom kommt. Vielleicht, irgendwann, vielleicht. Der Kackbogel geht es. Randy wins? Ich habe den Strom angemacht, das war eine Aufgabe hier. Ach so. Aber, ach so, dann sind die Level wahrscheinlich nur andere Aufgaben und sowas. Das kann sein. Ach so, aber lass uns mal das erste Level zurück, dass wir Licht haben. Ich denke, das ist aber anstrengend, finde ich. Können wir von hier aus das... Ich habe doch nur Escape gedrückt, ich bin gar nicht raus. Du musst mich nochmal einladen, Magdor. Tumme leid. Wir können ja mal Level 3 probieren. Können wir machen, ja. Uh, Schulle spielt Heldai was. Für die Demokratie! Held. Held ist das jetzt hier auch im Wort zu machen. Ja, nicht wohl... Ja, ja, nie mehr Player. Ich habe ihm auch nicht verraten, dass ich selber Minus-Drölf-Dioptrie habe. Das ist gut, Josy. Dafür ich jetzt. Warte mal, wollen wir beide Omi oder... Lass mal beide das Kind spielen. Mal gucken, was dann passiert. Das wäre schon interessant. Oh, das könnte richtig so ein... Geschwisterkampf werden. Oh, das ist ja doof. Ja, dann nehme ich die Omi. Wechseln wir nächste Ohne mal. Spitzpatz auch. Ach, Enkel. Oh, jetzt bin ich irgendwo anders. Hä? Äh, das ist eine andere Map jetzt hier irgendwie. Ich gehe mal in die Dusche. Wenn du eine Oma nicht nackt sehen willst, dann bleib besser unten. Was machst du für Geräusche? Gestern hat es dir auch gefallen. Die Oma nackt sehen. Oh, Mann. Ist so gut, weil die Hornstuh. Oh, was ist denn hier? Hast du schon wieder... Was macht die denn hier? Sie fällt die Treppen, oder? Dann ist sie im Arsch. Hast du schon wieder Scheiße gebaut, Junge? Wie sieht das denn aus hier? Ich habe gar nichts gemacht, Oma. Du Löffelrott. Wo bist du? Scheiß, Jugendamt steht vor der Tür. Ich mache mal auf. Bist du kleiner Pisser? Ich weiß nicht, ob man mit dem Spiel den ganzen Abend füllen kann. Ich weiß auch nicht. Wir könnten es ja nochmal sonst tryen in die Police Sim rein, aber ich glaube, das wird nicht. Das wird nicht. Oh, was ist denn da? Achso. Da, wo ist denn die Oma? Ich bin draußen. Ich suche meinen verlogenen Enkel. Du kleiner... Was war das denn? Das ist ein Sprecher. Oh, was ist denn? Oh. Boots, Digga. Klatsch. Oh, jetzt reicht mir das hier mit dir. Du Löffelrott. Ich hole dich jetzt. Bring dich ins Heim zurück. Ich bring dich gleich ins Heim. Jetzt alle das Heim? Du, kommst nicht. Vorbei. Also, diesen Wurfstern kann ich irgendwie nicht betrachten. Da habe ich irgendwie zu können. Ja, irgendwie ist sie auch behindert hier mit den Werfen. Reichste Mann, dass sie jetzt so ganz alter sein kann. Du kleiner Löffel. Du. Komm her, Junge. Oh, eine Bierflasche. Oh, die kann ich nicht austrinken. Da ist noch was drin. Ich bin resistent. Hey, hey. Ich bin auch aus dem Loch. Oh, was ist denn hier los? Das Messer nicht einfach hochziehen hier. Das ist ja geil. So wie dein Waffenarsenal entkommen. Also hier in dem Level sind halt noch so Sachen, wo du reincrouchen kannst. Das ist ganz nice gemacht. Ach so, die Omi braucht ein bisschen länger, damit der Balken sich füllt. Ist doch du kleinere. Pisser. Ey, was? Hä? Die Omi ist baggy irgendwie. Ja, ne? Ist auch voll lahm. Also, ich weiß nicht, ob du das so gehörte. Ja. Ich weiß schon. Piss dich, Junge. Eivin? Gibt es hier noch geile Waffen oder was? Ja, hast du Dings hier? Wie heißt das? Hast du Schlüssel? Hier in der Küche sind noch ganz viele Sachen. Hast du eine Küche? Hast du mir gerade was in den Kopf geworfen? Ne. Na, Oma? Kannst du nicht richtig gucken oder was? Und die Schranktür kannst du auch nicht richtig aufmachen. Ich bin Zombie. Oh, Alter, was ist mit der Oma los? Hilfe, ich muss hier weg. Ich muss hier raus. Auf einmal hat die Kiege Kopp mir. Dicker. Ich bin kurz meinen Körper verlassen. Du kleine Pitzbacke hier. Komm an. Komm an. Du kommst an den Tisch. Solange du in meinem Haus wohnst. Komm zurück. Komm zurück zu Omi. Gib Omi ein Knutschi. Oh, meine Teekanne. Du kleine Pipp. Dicker, du hast meine Scheiße. Das Ding ist so derbe von dir abgeprallt. Und hinten in die Tür reingekracht. Das war meine Kieferprothese, du kleiner Hund. Lauf doch nicht weg. Gib Oma ein Knutschi. Ja? Ich will Oma kein Knutschi geben. Ich zeig dir mal die Kamera. Ich zeig dir die Kamera nicht schreckens, Junge. Das ist eine scheiß Leiche. Buh. Das wird eine Leiche ins Gehirn. Du kleiner Hund. Ab in den Ofen. Die kommen hier nicht mehr weg. Die dreht sich zu breit. Kleiner Strich. Junge, jetzt hau ab hier doch. Ähmliche Fotze, Omi. Ich bin Buggy. Kannst du mich mal irgendwie so jetzt... Ja, aber Arsch kann ich. Ja, genau das wollte ich ja. Uh, steh'n, du Hund. Lass dich hier nie wieder blicken. Verpiss dich. Oh, scheiße. Du Hund. Schatan. Du bist genauso nichts nutzt wie dein Vater. Ja, nicht wahr. Ich bin besser als mein Vater. Du bist dein eigener Vater, Junge. Oma, du bist eine Fotze. Ich bin deine Mama, du Hund. Hier, nimm deine Scheiße. Fing an der. Verdammte Scheiße hier. Du Penner. Wuhu. Shit, shit, shit. Ah, der sich... Den Moment geduckt, ey. So eine Scheiße. Was ist das denn, Dinger? Sieht aus. Er sieht aus, Dinger. Junge. Moina, Barti. Ey, komm mal, komm mal bitte her. Kannst du mal die Teekanne hier rausholen? Die hängt hier. Ich komm da nicht runter, weil ich so fett und groß bin. Ja, 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 ja. Du willst mich da nur runterlocken, aber hör auf. Nein, der liegt da. Ey, Junge. Ich bin immer lieb zu dir. Du weißt das zwar. Meine Mutter. Ne, siehst du die Kanne von da? Ne, da, wo du gerade bist. Hast du die Kanne gesehen? Komm mal her. Da unten in der Ecke, in diesem Ikea-Regal da. Ah. Da ist sie, aber ich komm da nicht ran. Ey, du... Geh dringend her, du kleine Ratte. Du... Pitzige. Sag ich doch, du warst nicht... Das war ein... Das war eine Falle, du Hund. Das war eine Falle. Das war eine Falle. Die Oma ist nicht ganz sauer. Lügenfresse, halte die Fresse. Scheiße. Ding Dong. Wo ist das Ding hingeflogen? Ich seh das nicht. Oh, ey. Das war nittig. Man, vorn. Der sieht aus. Der sieht aus wie er. Das ist nur so eine kleine Konfu-Technik. Weißt du so. Scheiße, man. Ey, das musst du dir später angucken. Oh, du dreckiger Hund. Komm her. Tür zu. Mann, kommst du nicht mehr rein. Ganz einfach. Geht nicht. Hier ist ein Schrank. Gibt's hier ein Schrank. Kleines Würmchen hier. Kleines, böses Würmchen, der die Oma... ...penetriert. Penetriert. Die Oma hässlich ist. Oma ist lieb. Oh, hier oben sind noch Waffen. Na endlich. Alter, ein Küchenmesser. Ich bin Schacki. Ja, hör auf, Puppe. Äh, ein Messer. Ach, Omi. Das war mein Rücken. Ich steck ein Messer im Rücken. Oma. Äh. Hat er mal nachgetreten, Digga. Äh. Das ist perverser. Fährst du hier die Omis an, oder was? Komm her, du Schwenner. Kann ich aufs Bett? Ich kann ja gar nicht springen. Nee. Na, warte. Was haben wir hier im Schrank? Meine Tür, du san lungen, ich klatsche hier auseinander. Der Lütte ist dafür besser als Mario, wenn's um Springen geht. Eine Hose. Ich kann mal dran riechen. Mh, richt' ne Scheiße. Umi. Umi. Kannst du mich auch treten, oder so? Versuch mal. Nicht Münhammer. Okay. Nee, kann ich nicht. Kannst du mal aufstehen hier? Oh. Bleib doch mal stehen. Ach, Scheiße. Bleib stehen. Ja, man kann ja so nach hinten werfen, ne? Boah, Digga, was geht denn jetzt ab? Das ist special, aber. Beyblade gemacht hier. So ein bisschen angelehnt auf The Forest grad irgendwie. Nein. Ja, komm her. Siehst du? Ich komm in das Bett. Komm. Ja, komm schon. So ein Nappel. Ich brauch mir die Bierfleisch zu schmeißen hier. Was ist das denn hier? Ich hab'n roten. Ich hab'n... Hä? Ey, komm mal her. Hier ist ein roter Schlüssel. Guck mal, was du mit dem machen kannst. Komm mal her. Boah, roter Schlüssel? Ich... Da musst du ja irgendwie so... Und dann verpisst du dich hier, Junge. Warte mal, ich kann den gerade nicht verheben, weil ich was in der Hand hab. Ach, nee, das ist du das. Hä, was hat... Ach so. Handy, ne, roter Schlüssel. Oh, Dick hat's einfach auf den Kopf gebrochen. Ich kann den nicht nehmen. Kannst du den nehmen vielleicht? Ist das vielleicht für dich? Ich kann hier... Nee, ich kann... Ich kann den nicht nehmen. Ich kann nur den daneben nehmen. Junge, ich ziel' auf dich, aber trotzdem treff' ich nicht. Ja, Oma, weil du blöd bist! Sag mal, das hast du grad'n nicht gesagt, ne? Oh, nein. Bring, geil. Okay, jetzt zieh' ich lieber durch hier. Oh, ich hab' noch'n... Hördinger hier stehen. Warte mal. Oh, Dicker. Ich gucke dir das besser, dass du hier rauszieht. Äh, äh, ja, versuch mal. Also, die Kanne ist schon geil, wenn die, äh... Oh, oh. Ui! Ah, Mist, Mann. Oh, Junge! Komm mal hier zu mir, ich will dich mal durchs Fenster treten. Wie geht das? Komm mal hier direkt vor mir. Äh, okay. Ein Hole in One jetzt, ja. Oh, nee, irgendwo so nicht. Warte, warte. Die Alte kann nicht mehr mit mir treten. So alt ist die Oma schon. Hole in One, Junge. Touchdown. Boots, weg für dich. Verpiss den, geh zu den Nachbarn, Junge. Ich will dich hier nicht sehen. Alter, vorhin durchs Fenster gekickt. Alter, wie geil. Liga. Ich weiß ja nicht. Ähm, der ist ja wieder, der kleine... Kleine. Warte, Junge. Dick, was hast du mit der Couch gemacht? Du dumme Sau. Ich hab gar nichts gemacht. Immer kommt der Tag, wo ich in die Fresse haue. Ja, das Spiel ist echt verrückt, wa, Leute? Da kann man einen sogar footballmäßig... Oh! Den hab ich aber gespürt im Gesicht. Den hab ich aber gespürt. Das ist so unglaublich bescheuert, Alter. Sag mal. Ey. Das ist mein Odingang. Guck mal wie Opa, oder was? Mit den Bierflaschen schmeißen? Nee, Opa hat das nur gesoffen, den Scheiß. Nee. Der hat das immer nach dir geschmissen. Nee. Weil du so dämliche Hure warst. Und du mit den Nachbarn gefögelt hast. Der Nachbar war dein Vater, Junge. Was soll ich da jetzt bei der Postbode? Der ist ja doch auch gewesen, Mensch. Boah, Digga. Vorwärtsrolle. Boah. Was war das denn gerade? Das ist... Ich find diese... Schmeiß mal nach mir mit der... mit der Dings. Was neben dir liegt. Das Ding ist so geil. Hä? Hä? Warte mal, ich muss nochmal... Irgendwie... Ich ziele auf dich, aber irgendwie... Oh nein, ist runtergefallen. Warte mal, ich will mal mit dem Hammer auf dich zielen nochmal. Verreckt. Da geht gar kein kleiner Hund. Hä? Irgendwie klappt das nicht mit dem Hammer hier. Also irgendwas auf dich werfen. Ist das dein grauer Star oder was? Ah, die Freffi. Boah. Du kommst... Du kommst in den Schuppen, Michael. Boah. Ja, okay. Du... Du Drecksthüte. Wo warst du ihr Badezimmer? Hast dich wieder an die Wand geschissen. Ich weiß nicht, ob du ihn schaffst zu machen. Tua! 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 Ey, gut! Ogrig! Ist er schon im Zimmer drin? Ogrig, geh mal keller, die Russen kommen! Wo bist du? Ja, Badi, mach dir mal was zu essen. Verdammt. Nein! Ich komm noch nicht raus! Aber was ist denn mit dem Schüssel hier? Das ist... Ja, das... Was war das denn gerade, Digga? Als wenn du so ein... Vom Zehner springst und eine Arschbrumme machen willst. Mann, ich krieg dich hier nicht in die gefasste Scheiße, jo. Das sieht aus, wie der das schleicht, Digga. Kannst du nicht mal da oben so ein Foxflash machen, irgendwie auf mich raufspringen? Nein, mir fehlt ein Schüssel. Ich hab noch einen Schlüssel. Ich hab noch einen Schlüssel. Unter meinem Rock. Willst du ihn tragen? Nein, nein. Danke, Oma. Ich schenke dir. Der stinkt nach Tod. Äh? Das kann nicht sein. Aber irgendwie funktioniert das nicht, dass ich dich irgendwie treffe mit irgendwelchen Dingen. Boom, außer jetzt, Junge. Wie viel Leben hast du noch oben rechts? Ich verliere keins. Das ist ja das Üble. Ach ja, du musst mich... Ach so, genau. Also die Oma muss, glaube ich, wirklich versuchen, ihre Scheiße fertig zu kriegen. Ja, ich hab grad mehr Interesse daran, meinen Enkel kaputt zu machen. Das macht ja auch mehr Spaß. Ja, deine Scheiße räum ich bestimmt nicht weg aus dem Zimmer. Oh, Alter, wie geil. Oh, jetzt hat er wieder eine Granate. Nein. Wo ist denn die hässliche Oma? Komm mal raus, du Kleine. Bleib stehen. Bleib stehen. Träckiger Hund, Mann. Komm mal, geh mal wieder zurück. Ach, verdammt. Ach, da bist du. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich komm aufs Gebisch. Gut getarnt. Ne, 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 ne. Ach, du bist schneller. Okay. Ja, alle. Digga! Au, mein Höschen! Brenn, Oma! Brenn in der Hölle! Du Sadist. Ach, ich bin hübsch. Scheiße. Alter, ist das kaputt. Digga, jetzt kriegst du von mir richtig in den Arsch alles. Sag ich dir. Ah. 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 ARD Text im Auftrag von Funk